Wir werden gerade fast umgekippt. Aaaaaah! Aaaaaah! Warum?! Wir sind hier umgekippt. Au! Das ist über meinen Kopf abgeruht. Aber guck mal, dafür kann ich nun wirklich nichts. Doch um die Ecke war das. Und ich bin sogar richtig gefahren. Hier ist doch Linksverkehr, oder? So, komm her, dann halte ich dich richtig. Hier ist doch Linksverkehr, oder? Außerdem kann ich dich dann in der Nahaufnahme nochmal im Bild haben, wenn ich jetzt das Video speichere.